Ja, zu diesem Bauernhof oder was, das Scheunending da. Boah, gehst du ab? Ja. Hast du Angst vor mir, oder was? Nee, ich will da hin. Ich will als erstes da sein. Ich hab ne Knifte, ich kann ja auch ins Kreuz schießen. So siehst du auch aus. Ja klar, wenn's um eigenen Vorteil geht, immer. Nur weil ich so ne schöne Armwurst hab, ne? Ja. Ja? Aber ich merk grad, ich hol dich ein. Ah, meine Nadeljuck. Eingeholt. Oh, Zombie! Ach komm. Ach nee. Warte mal, ich will ausprobieren. Wie lehrt man denn nach? Okay. Auf R? Ja. Ach, das ist schön, so mit Fernglas und so zuzugucken. Hallo? Zack, an der Schulter getroffen. Gibt leider nur 8 Punkte. Leider nix. Immer noch nicht. Schade. Ich hab ja gehofft, dass man da wieder den Bolzen rausziehen kann. Tja, so weit sind sie noch nicht, ne? Tja, auch wenn wir jetzt bei Version, äh, 36,4,3 sind. Komma, 0,5. Äh. Canvas Shorts. Canvas Shorts. Ich geh kaputt. Wo sind meine Rosen? Ich hab ne Brechstange. Ich glaub, die nehm ich mal mit. Komm, ich probier mal aus, wie die Pants hier aussehen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich, äh, ein bisschen was verliere von meinen Sachen. Äh. Was hast du für Probleme? Das sind Dreiviertelhosen. Bäh. Ich will mir überlegen, ob ich die, ähm, meine Axt wegschmeiß und dafür die Brechstange mitnehme. Na gut, wenn die Axt defekt ist, kaputt. Ja, ich kann immer noch damit schlagen, das ist das Problem. Ich hab... Ich schmeiß ihn weg. Warte. Was hast du gefunden? Das neue Update gefällt mir. Was hast du denn? Mein Hütchen. Warte mal. Mit Plus hat man, ne? Ne. Auf der, auf der Gasmaske, ey. Das sind Polizei Hütchen. So, komm ich ziehe, meine Mütze wieder an. Geht ja nicht. So. Hier ist ein Dingshut. Cowboyhut. Ne, ich hab mein Anglerhütchen, das find ich toll. Was liegt da auf dem Boden? Handschuhe, schwarze. Tausche ich mal direkt mit meinen braunen. Hm, war ja nicht schwer viel hier oben los. Ja, wir haben da hinten ja aber noch ein Häuschen, oder? Oder mehrere. Können wir hier rein? Nein. Ich glaub... Die Stimme kackt ab. Ich glaube nicht, wollte ich sagen. Aber das ist... Oh, die Sonne geht nur auf den Pes. Er ist ja gleich weg. Ist ja noch schlimmer. Kannst du mal eine Taschenlampe haben. Kann man da rein? Ich will da rein. Lass mich da rein. Ich glaube nicht. Bitte. Nein, ich glaub nicht. Ich geh mal eins weiter in das Backsteinhaus. Das ist ne Kneipe hier. Da ist doch immer was Schönes. Was zu essen? Ein Radio. Oh Gott, das wird cool. Eine Sichel. Die sollte... Eigentlich müsste die voll abgehen, weil das von mir ist. Tja, eigentlich. Eigentlich. Moppedhelm. Ach, es ändert sich halt nix, ne? Hier findet man immer Moppedhelm. Hier ist zu. Die Örtlichkeiten sind auch verschlossen. Ich bin gegenüber in dem Haus. Also entweder bin ich an den super tollen Sachen vorbeigelaufen oder es gab hier einfach nix. Hm. Schauen wir doch nochmal in dem grünen Häuschen vorbei. Die haben die Laufgeräusche geändert. Also auf den Böden. Hast du mittlerweile ne Soundkarte? Ja. Eingebaut? Ja. Wow. Ja. Ich bin schon nicht ohne. Was ist denn? Bandana. Ich glaube, ich brauche aber ne neue Hose, oder? Worn. Okay, ist noch okay. Okay, ist noch okay. Du bist in dem grünen, ne? Ich bin in dem... Ja, Moment. Da unten ist es. Kannst du mich sehen? Hallo. Da oben. Hallo. Da unten ist ein Shop. Ja, dann, äh, komm ich doch mal. Ich warte mal hier vor der Haustür. Ich guck noch das letzte Zimmer. Ja, da ist die Haustür. Komisches Haus. Hallo. Hallo. Ein Job. Ein Job. Ein Schupper-Chub. Alter. Späher am Schnaufen hier, ne? Ja. Schon wieder angeschrieben worden. Was, eine riesige Paprika. Was ist das? Eine Batterie. Ähm, Punkt 22 Munition. Für was ist denn Punkt 22? Ah, das ist für die, für die, ähm, Amphibia ist. Ah ja. Nimm ich mit. Oder ist auch ne Amphibia. Hier liegt noch was? Ne, ne, ich hab, äh, ne 9mm. Ach so. CR 75. 7,62x39. Ach, ey. Ich glaub, es sind keine Essgeräusche mehr. Ich hab nämlich grad eine Paprika vernascht. Ich kann sie gern nachstellen, wenn du möchtest. Ne, danke. Das muss nicht sein. Oh, guck mal hier. Big Beans. Einfach so übersehen, der Herr. Ne, ne, hab ich da stehen lassen. Mein Inventar ist voll. Was soll ich denn noch alles mitnehmen? Ja, mir doch egal. Hättest ja Bescheid sagen können. Na gut. Das nächste Mal. Ja, ja. So, dann esse ich jetzt mal noch ne Paprika. Num, 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 num. Oh, nix los hier. Hast du Geräusche gehabt? Ne. Das ist gut. Totenstill. Ach, der Himmel ist bei mir so schön lila. Das ist ja wahnsinnig. Ach. So, wo hast du gesagt, waren wir jetzt? Ähm, Quotz-no. Quotz-no. Schätz ich mal. Ist das im Norden, im Osten? Ähm, warte. Siehst du, Krasnostav? Ja, hatte ich gerade im Nino. Äh. Ja. Und dann so nach links und dann ein bisschen nach unten. Ach, da. Ja, okay. So, was haben wir denn hier? Ne, ach, das Schloss, genau. Ja. Da brauchen wir nicht hin. Ne. Aber über den Berg hinweg gibt's ein Airfield. Ja, da hatten wir auch, glaube ich, vor, hinzugehen. Ein ziemlich weiterer Wanderweg. Ja. Wie viel Uhr haben wir denn? Äh, äh, meine Uhr sagt, äh, ein Viertel vor acht. Viertel vor acht. Hm. Wie laufen wir denn am besten? Ich würde sagen, wir laufen einfach durch die Pampa. Das können wir gerne machen. Am besten nach Crescino, weil da gibt's, äh, Polizei. Ja, das wäre doch mal schön, mal wieder ein Polizeiautochen aufzumachen. Ja. Okay, dann haben wir hier irgendwann, wenn wir jetzt hier lang gehen, dann kommt irgendwann eine Kurve. Das geht jetzt erstmal geradeaus und dann kommt eine Kurve. Ja, genau. Dann... War das gerade ein Lachen oder was? Ein Schluck auf? Das war ein Lachen, weil mein Männchen mal wieder, während dem Gehen, äh, einen Ausfallschritt gemacht hat, um über den Zaun zu kommen. Ich würde sagen, wir laufen jetzt genau so. Genau so. Okay. Ja, dann lauf mal. So. Ich glaube, in der Zugzuggruppe wird so viel geschrieben. Da hab ich, äh, da hab ich so eingestellt, dass ich nur benachrichtigt wird, wenn gewisse Worte fallen. Die verrate ich jetzt hier aber nicht, dass da irgendjemand... Das geht? Ja, das geht. Schon wieder. Schon wieder. So. Vielleicht sehen wir ja irgendwas hier schickes. So, das da müsste jetzt gleich das sein mit dem Wasser-Dings. Schon wieder. Mit dem Wasser-Dings. Ja, mit dem Brunnen halt da. Ja, sag doch Brunnen. Das fällt mir aber nicht ein. So, jetzt sind wir hier. Ich würde sagen, wir laufen einfach so weiter. Ech. Äh. Berg. Die Steigung hat um zwei Prozent zugenommen. Muss langsam laufen. Eine Straße mit einer... Ah, okay. Das wird jetzt wahrscheinlich das hier sein. Sie hat mich erschrocken. Alter, Vater. Ich hab die nicht gehört. Ich hab die auch nicht gehört. Und dann nur... Und dann kam der Zombie. Oh. Hei, 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 hei. Ich wollte gerade eben noch sagen, nur die Zombie-Dichter hat aber abgenommen. Nur dran gedacht. So, guck mal, dass da niemand kommt. Was ist das? Hui. Das war nicht ohne, nur. Ja, schade. Ich hab ein Pulsmesser nicht dran. So, ich glaub, wir müssen hier hoch. Okay. Vor allem du hast mich dann noch so erschrocken. Weil du schreist ja eigentlich nie. Ja, geschrieben war das jetzt auch nicht, aber... Ja, ich hab laute von mir gegeben. Laute, laute. Oh. Zickzack den Berg hinauf. Komm, ich möchte das jetzt mal probieren. Was? Stopp. Nochmal. Nochmal. Welches ist deine Axt kaputt? Ich seh ihn schon gut. Es ist mir egal. Ich möcht' das ausprobieren. Yay! Den ganzen Baum! Jetzt liegt da... Ich seh jetzt zu 90% im Boden liegt. So, wie geht's, meine Axt? Ja, benutzt. Auto. Das Haunt für Mercedes war merkwürdig. Weiß? Das war ein Mercedes, das hat sich eher nach so'n Pick-Up angehört. Achso. War ein Loch im Auspuff. Ne, ich glaub' das sollte so sein. Weil der war mattschwarz, lackiert oder foliert, keine Ahnung. Ich möchte in das Haus. Ja, dann lass' gehen. Sehe ich da das Schloss am Horizont? Ja, ich seh' das Schloss am Horizont. Aber da brauchen wir nicht hin. Da gibt es eh nichts. Doch, ein Locus. Ein wat? Ein Klo. Ja. Ein Pott. Ja, sag das doch auf Deutsch. Ein Scheißhaus. Ja. Locus. Was heißt denn? Locus? Hast du Locus gesagt? Ich hab Locus gesagt, ja. Was ist das denn? Rotten Tomato. Spieler Splendor verliert Verbindung. Splendid. Wonderful. Warum ist hier nix? Warum kann ich die Türen immer noch durch die Decke zumachen? Nö. Aber der Schreibtisch, das sieht irgendwie so aus, als ob da mehr draufliegt als sonst. Das ist schön, dass er so aussieht, aber...